Ja heute sage ich herzlich willkommen zu diesem Video. Ich sitze hier auf meinem schwarzen Sofa und ich möchte euch gerne zeigen, was so wieder mit Kissen passieren kann. Einmal auf dem Sofa, was man für neuen Look hat und ich habe in diesem Video auch mal vor, euch geschwind zu zeigen. Also wenn ihr neue Kissen auf eurem Sofa oder in eurer Sitzecke arrangiert, dann denkt auch daran, im Hintergrund oder neben dem Sofa kann man mit einem Bild natürlich diese ganze Szene wirklich komplett machen und malen ist gar nicht so schwer, wie so viele immer denken. Also nehmt euch einfach eine Farbe und es müssen ja nicht immer direkt so Kompositionen sein, nehmt euch eine Farbe und setzt die schön auf einen Keilrahmen in Szene und denkt so ein bisschen an eure Kissen, die ihr damit in Verbindung bringen wollt und dann habt ihr ganz schnell eine richtig tolle individuelle Sitzecke. und ich habe jetzt hier diese hellen Kissen, die natürlich zu so einer roten, zu einem roten Bild wunderbar passen, aber jetzt stellt euch vor, also dieses schwarz-weiße ist natürlich auch wieder vom Kontrast her sehr, sehr wunder, sehr, sehr schön und ich sage ja oft schön, also ich will das eigentlich, naja gut, ich will es eigentlich lassen, aber es kommt immer wieder raus. Also dieses schwarz-weiße sieht klasse aus, dann einfach schwarz und weiß ist natürlich auch toll, aber und das will ich euch jetzt zeigen, das war eigentlich der Grund, weshalb ich auch das rote Bild gemalt habe. Ich habe High Heel Kissen gefunden und die sind auch gar nicht so teuer gewesen, also 5 Euro so ein Bezug und da habe ich gedacht, also das ist doch super schön, da haben mal die Frauen die Möglichkeit ihre Sitzecke so ganz in ihrem Stil mit High Heels oder Pumps einzurichten und das finde ich ist eine schöne Sache auch, weil ja gerade diese High Heels auch ja nicht im ganzen Jahr getragen werden und ich finde gerade mal in der Zeit, wo man diese Schuhe nicht so oft trägt, könnte man sich die doch wirklich in einer Sitzecke drapieren und da zeige ich euch jetzt eine kleine Idee, wie man so eine Sitzecke dann noch, ja ich sag mal vervollständigen kann. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Ja, also so kann man Schuhe auch in Szene setzen und ich bin davon überzeugt, dass da schon ganz viele Frauen lange darauf gewartet haben, mal ihre Schuhe so zu präsentieren. Ja, also dann wünsche ich euch viel Freude, wenn ihr es auch selber mal umsetzt. Ihr könnt mich kostenlos abonnieren, ihr könnt mir zeigen, ob euch das Video gefallen hat, ihr könnt Kommentare schreiben und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017